In die Eier. Moin. Wusste gar nicht, dass du hier auch reinkommst. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich mit meiner Hellwärte da auch rankomme. Nein, du sollst die Hellwärte nehmen. Da komme ich tatsächlich auch ran. Nein, man kann ihn schießen. Ja, wenn man dann sich wenigstens einigermaßen geschickt anstellt, dann schon. Dann habe ich nämlich ein bisschen Ruhe, dann kann ich... Moin. Wir haben ja unten geschlossene Gesellschaft. Raus mit ihnen. Da kann ich mich gleich noch mit Blythe zusammen tun. Ich möchte hier runter. Aber brauche ich den zufällig um Blythe... Okay. Du bist abgestoßen. Ich müsste mal kurz hier raus, ja? Bist du mich mal kurz? Danke. So, dann kommen wir her und dann reißen wir hier den Scheiß-Turm ein. Ja, okay. Ich kann mich dann teuren verwenden. Moin, hier bin ich wieder. Wird das echt nicht gereicht? Hi. Ja, komm. Wer ist ein guter Junge? Ja, wer ist ein guter Junge? Ja, komm. Ja, komm. Oh, der große Teddy kommt da nicht durch. Hm. Hm. Jetzt ist mir ein Bombefeld. Du kannst mir vielleicht nicht irgendwie helfen, oder? Ich wäre dir nämlich sehr verbunden, wenn du das könntest, wenn du da mal irgendwie... Okay, ich habe mich dazu entschlossen, den... ...Drecksbären wieder zu schießen. So, ich kann ja mal die... ...Hazneimer benutzen und kriege mir nämlich so eine Art Schützschild um einen rum. Und der Schaden wurde gerade fast vollständig absolviert. Du läckst aber ganz schön rum, weißt du was? So, bleib. Jetzt musst du aber auch runterkommen. Okay, ich... Ich gehe mal davon aus, dass ich den abschießen muss. Ich werde mir jetzt mein eigenes Grab schaufeln, aber... Das ist doch alles zur Unterhaltung. Hier unten. Ist das durch den durchgegangen? Die kriege echt keinen Schaden. Ja, geil. Und wie soll ich dich dann runterbekommen? What the fuck? Wie ist der da hingekommen? Äh... Ist das nach einem gewissen Ereignis, oder... ...ist das davor? Ich meine, Blythe kann man ja... ...offensichtlich nicht anschießen, oder so. Mal nachladen, schießen. Nö. Soll ich nochmal am Tag zurückkommen? Hier irgendwo muss doch... ...er Schießgenade sein. Hier kriege ich Blythe darunter. Weil ich hier runter... ...müsste doch irgendwo noch... ...kennade sein. Das sind auf jeden Fall diese Scheiß-Dings-Menschen. Äh... ...da ist... ...Personen da vorne ist eine Gnade. Machen wir halt einen etwas größeren Umweg. Zeit vertreiben. Morgen. Zumindest bleibt er morgen noch da. Also jetzt noch da ist. Dann ist es gut. Wenn nicht, dann halt nicht. Hört sich doch logisch an, oder? Jetzt wieder Mistwut. Ich hab... Oh, das ist hier nochmal. Bereit für... Ach, das ist ein... ...dat ist ein Händler. Und die Ruine war hier. Blythe ist da immer nach oben, okay. Das ist eine gute Nachricht. Hoffe ich. Wie hoch kommt man mit Torrent? Na, da ging's schon mal hoch. Das könnte so der Way to go sein. Ach, der ist hier oben gewesen... ...wegen dem Scheiß-Ding. Wollte hier ja noch verstanden. Komme ich denn da rüber? Hm... Fast. Fast, fast. Ich sehe es als Möglichkeit, da hochzukommen. Ansonsten müsste ich da mal kurz googeln gehen. So. Da müsste... Da müsste man noch irgendwie da hochkommen... ...und irgendwie sich auf Blythe... ...aufmerksamkeit erregen. Zur Not müssen wir nochmal schießen. Hier bin ich, Blythe. Bitte leuchten die Augen. Bleibt drauf. Okay. Okay, ist wieder runter. Komme ich hier irgendwie auf? Ich möchte... Ich muss da hoch. Ist mein Job. Okay. Anscheinend soll man hier mit Torrent nicht hin. Ich kann auch nicht abspringen. Das ist doch jetzt echt belastend. Komme ich da irgendwie zu Fuß hoch? Ich nehme einfach mal gar nichts in die Hand. Und... Ich glaube, Google ruft gerade an. Die wollen mir weiterhelfen. Ich bin mal kurz weg. Da muss ich... Okay. Dann habe ich... Live. Genau. Dann muss ich zur Kirche von Elie. Und... Dann müssen wir da mal mit Kale reden. Hör mal, du. Ist nur lange Zeit her, ne? Warte. Wolltest du... Über das Heulen im Nebelwald muss ich dir berichten. Das Fingerschnitzen kaufen kann. Ja, das macht eigentlich keinen Sinn, hier noch irgendwas zu kaufen. Höchstens das stelle Skip. Naja. Hast mir gut weitergeholfen. Mein Freund. Dann werden wir jetzt nochmal, Bleif, einen Besucher abstatten und die Gestenbewegung einmal durchführen. Dann müsste er eigentlich runterspringen. So, und du hier vorne. Da müssen wir noch hin. Ihr Halbmenschen wüten, weil ihre Mutter entführt wurde. Wo seid ihr, Fürst Kenneth? Ja, den haben wir gesehen. Die Ritter, der Ritter ist verrückt nach Blut. Ja. Genau das und nichts anderes. Wollten, Leute. Ja komm, wir ignorieren uns noch später eh gegenseitig. Oh, bleif. Jetzt treffen wir uns erneut. So, angucken. Und, ähm, die Fingerschnippbewegung machen. Boom. Churetach. Mein alter Freund. Ja, wenn ich den finde, na, sage ich dir Bescheid. Darrowell ist nichts, aber ein Traitor. Und die Neue für eine Fingerscheid zu diesem Teil. Darrowell. Darrowell. Okay. Ja. Und dann geht's auch erstmal ab zum Schloss. Moin. Darrowell. Haben wir den vielleicht sogar schon getroffen? Oder ist es der Ritter hier im Schloss? Der soll sich ja in der Nähe aufhalten. Das nächstgelegene, was Sinn macht, ist halt der Ding ist. Ich schaue jetzt im Eldenbaum, der eigentlich hinter dem Ding sein müsste. Er wird auf, um mich zu schießen. Euer König schickt mich. Weichet von mir. Ich dachte, der Tom fliegt da einfach bloß so. Komm, traut euch. Traut euch aber nicht zu viel, ne? Und schüttel dich halt gerne. Das ist eine der Besten. Ja, hey, du und dich kümmere ich mich gleich. Beziehungsweise meine Wölfe, ne? Mach doch mal noch mal ne Kopfstampfen. Oder das Scheißer. Oh lol, der hat mich nicht getroffen. So ein Idiot. So. Und nächstes überlasse ich euch mal, ne? Ich gebe mir hier mal die Goldene Saat holen. Ach ja. Limgrave. Schönes Flöckchen. Wenn es nicht gerade ums Kämpfen geht. Der ist aber ganz schön low von seinem Leben her. Wenn 200 Schaden schon so viel ausgemacht haben. Vielleicht ist denn das hier dann doch noch das Gebiet, wo man weitergehen soll. Ja. Ich habe keine Lust auf die Affen. Ich will das scheiß Schild haben. Bis sofort. Das war's. Ich bin linkedin. Bein. eles. Vielen Dank.